Guttelträger da! Du brauchst praktisch 100 Prozent. Du brauchst praktisch beide. So weit wie ich am Typ bin, schätze ich, das wird jetzt passieren. Mach! Ah, das ist anstrengend. Das ist mit meinem, der dich treffen. Lachst du? Machst du von mir aus? Da hast du gerade die Lage. Scheiße, Johan dann. Also fünf Fahrkarten wären voll nix. Heißt mal, das wird uns jetzt auch nicht mal wegkriegen. Allein weg! Danke. Danke.